Hallo und herzlich willkommen zu Call of Duty Modern Warfare 2 mit allen Vieren hier, Tillmann, Sebastian, Jona und Johannes, also ich, ja, ja, auf der Map Afghanen. Immer schön eiskalt in die Klasse reinwachen, damit sie dich ja nicht sehen, ey. Und damit ich nicht schätze, in der Arschrunde ist es ja noch eh egal eigentlich. Alter, Jonas im Bunker, äh, in der Höhle. Jonas, ey, Tillmann, fuck. Ey, jetzt lade ich gerade nach, na, kommt der angerannt. Ja, heute, jetzt hab ich, das ist die erste Runde, Jona, und du regst dich sofort wieder auf. Das war ja keine Aufreger, Aufreger, dass ich auch fast, da hat mich nur geärgert. Weiß, wenn man, im Privat, also wenn wir so rum, äh, mit, äh, Sniper rumspringen, dann treff ich mit der, äh, Akimbo immer, also mit der, wie heißt die jetzt nochmal? Ja, 18. Nein. Magnum. Magnum. Aber so treff ich da kein bisschen, ey. Mann, Hannes! Ja, ich hab da deinen Kopf gesehen. Ja, meint, ich hab dich nicht gesehen. Aber wie du, Alter, wie ich hier da umzitterte, wie du jedes Mal da dein Spawn rumcampst. Ja, jetzt. Ist unglaublich, ich camp jetzt auch mal ein bisschen. Ja, langer Herbst, halt. Du wolltest doch jetzt grad zweimal campen. Was? Ich hab nur kurz gewartet, ob da jemand kommt. Ja, schön, dann. Du sitch da dann 50 Stunden, ey. Ja, das ist langweilig, weisch? Ja, das langweiligt mich auch, wenn die Runde immer so schnell zu Ende ist. Ja, also, dann hör mal auf mit der Scheiße. Oh, das ist wieder. Oh, da war mein Flugzeug, ist ja da rumgekocht. Komplett in der Mitte. Beim mittleren Flugzeugteil. Ist irgendwie Richtung unseren Spawn gelaufen, aber mehr weiß ich nicht. Ja, muss erst mal gucken, wo Basch die käme. Basch hat ja immer noch getötet. Ja. Ach so. Ja, das heißt, er hat ja kein Cup-Occay gemacht. Ja, aber wollte doch umgehen. Nee, nee. Dafür bewegt hatte er sich noch nicht. Doch, ich war beim Flugzeug. Habe ich mich hingehockt, weil ich so gezittert habe. Wie er auf einmal alle zittert. Das hat Ausrede benutzt. Ja, äh, Alter, ja, ich zittert, aber mein Ame ist nicht das schlecht. Ach, komm, komm, komm. Kommt der von hinten. Ich habe die Granate voll nicht bemerkt. Ich habe die auch nicht gesehen. Alter, habe ich da Glück, dass noch gestorben ist, ey. Was sind hinterm Berg die Granate? Oh, Basch hat mich gesnipert. Na, wie ich da hinrenne und Hannes sitzt schon da und sieht mich da an. Oder halt, kann du schön amüsieren. Ja, die ACR schallt voll präzise. Ich habe auch ACR. Weiß. Wo du warst so komisch. Ja, was, die werden jetzt mit der Sleipa gegen die UMP auf so eine Reichweite verlieren. Ich habe nicht mehr einen Millimeter tiefer ziehen müssen, du wirst tot. Das war so scheiße, ey. Ähm. Ah, man, das nervt, ey. Kotzwürg. Kotzwürg. Alter. Basch geht auf dem hinteren Flugzeugteil auf dem Bein im Flügel. Aber er ist wieder runtergerannt. Ah, schön, ey. Da habe ich ihn zu spät gesehen. Ich habe gerade die linke Maustasche gedrückt, aber dann war ich gerade tot. Ja, komm. Wenn er nämlich... Oh. Dass er sich wieder genau im richtigen Moment umdreht. Hast du wieder im richtigen Falschmoment angerannt, kommst. Ja. Im falschen Moment, ja. Für dich der richtige. Einer, Pöle. Und ab. Untersuch das mal bitte, Lona. Nee, das glaube ich nicht. Alter. Mann. Wo? Wo ist er? Irgendwo beim kleinen Bunker, ey. Der ist zurückgelaufen. Keine Ahnung, aber wohin. Ich glaube, Richtung Flugzeug. Mann. Weisch. Da machst du doch nix, ey. Du bist ein bisschen geflasht, dann... ...brennt er mit der G18 hinter dir her. Hannes ist bei mir, Jona. Ja, ja, okay. Ich hab ihn gehört. Du kannst mich nicht hören, ich hab nie der Pro. Ich hör ja was rumlaufen. Ja, dann sag mal, wo du bist. Ich bin's nicht und Jona ist es auch nicht. Im kleinen Bunker. Ja, Hannes. Fuck. Scheiße. Hä, ich hab doch da einen gesehen. Ich hab gesagt, kleiner Bunker. Das war die Tonne, Hannes. Oh, nee. Also ich hab voll verfehlt bei dem Schuss, ey. Wasch, wo warst du da eigentlich davor? Echt? Ich hab da in so einem Stein gekämpft, hab einfach mal random ne Flash geworfen. Dann haben wir auch nochmal geflasht, ja. Ich dachte, der wär in einem großen Bunker gewesen. Jaja, random ne Flash-Til, meinst du, ist das... Schmerztablette. Schmerztablette, ja. Schmerzmittel, was weiß ich hier, das heißt. Ist schon, mir egal. Kleiner Bunker. Und... Oh, direkt hinter dir, Jona. Da. Da, wo ich gestorben bin, da hat... Ja. ...mich grad abpassen wollen mit dem Messer. Ich hab... Ich wollte dich warnen... ...der ist... Der ist... Ey, vorhörst du dich doch! Warte, er will zu zweit, oder was? Nö, nö, das war immer ich. Weiß, ich renn mit der G18, wo man... Ich denk, der ist da. Und dann geh einfach mal raus. Ja, genau. Meine... Ach, der war ja im kleinen Bunker. Ja, ich war im kleinen Bunker. Na, lag's aber... Da lag's aber, oder? Nein, ich... Nein, er lag's. Ich hab's ja auch nicht gesehen. Da hat er mich getötet, der Mo. Einer ist großer Bunker. Ich weiß auch schon, wer... Wo seid ihr denn immer? Ich seh die nie und dann hätt's... Dann ist er wieder hinter so einem Scheiß. Kiste. Meine Fresse, was ist denn da los zur Zeit? Ich kann immer rum wie so ein Irrer. Nein. Ich hab geschossen, Mann. Ich hab geschossen. Hannes hat wieder der G18 Power am Start. Ja, ich wusste doch, wer Bunker sitzt, wann der nicht rauskommt. Du wärst ja rausgekommen, hättest mich wahrscheinlich getötet. Aber wenn... Ja, dann wär ich gar nicht. Aber weißt, wenn du da dann halt rumkämpfst, das ist ja auch scheiße. Ja, wer saß da in der Ecke, Baschini? Weil ich alleine war. Ich musste gegen zwei spielen. Was soll ich denn machen? Rausrennen, mich töten lassen, oder was? Das ist immer so der Ausrede. Ja, ich musste gegen zwei spielen. Einer, der sich wieder jeden so zu verfehlen und der sich rumgeleckt hat. Ich weiß auch nicht, was ist denn los mit mir zu zahlen. Ja, aber bei mir auch. Jetzt ist das Runde. Nein, du warst schon mal positiv. Ich hatte 3-8 oder so. Immer die Camper. Ich gehe gleich raus hier. Dann beschwerte ich halt nicht. Nein, ich schmecke nur so aus Spaß. Ja, aber ich habe es aber nur noch gegen eingespielt. Du hast trotzdem gekennzeichnet. Nein, ich weiß. Ja, also ich war nervös. Zwei Spielen funktionieren. Ach so, okay. Ich habe wieder so eine, ey. Ich war nervös. Boah, da machst du nichts. Ich weiß. Wie dir den auch nie sehe ich, ey. Flugzeug. Chat mit dir das, Höhle, oder? Das ist einfach Werk, oder so. Oder was ist es? Höhle und zurückgelaufen auf den Sniperberghoch. Also war ein kleiner Eingang. War so klar, ey. Aber da habe ich keine Chance gegen das so dunkel drin. Also wie schnell der mal abhauen kann, ist übel. Aber Bashi, hättest du und Hannes jetzt getötet, dann hätte Hannes wieder rumgeflampt. Ja, gegen die 18. Ja, ich weiß. Hat man keine Chance. Das ist schon egal. Lebt immer noch? Nein, nein. Der habe ich weg, ist meckt. Snack, snack. Gut, Jonah. So würde ich es auch machen. Ne, würde ich nicht. So. Ja, alles so geschützt, ja. Ja, ja, das muss er wollen. Sie schmeckt die Sau. Ja, war klar. Ich wusste, dass du in die Richtung gerannt bist. Du wusstest. Ich habe dich ganz kurz gesehen, als ich über die Treppe geguckt habe. Ich bin schon aus Sniperberg gekommen. Aha. Boah, 3 zu 6 noch, ey. Nur kommen wir nur, kann ich. Komm, Jonah, streng dich mal an. 5-5, ey. Was doch schon, 9 Kills, was die? Na, so sieht es aus, ne? Wie viel hast du dich campen, ja, reicht? Hannes, es ist bei Zeit für ein wenig Abhilfe. Okay. Fahr geht's ab. Boah, sind sie beide am spawnen, oder wie? Wie sieht es aus, hier? Jonah, passt mal ein bisschen auf mich auf, gell? Na, einen im großen Bunker. Alter. Ach schon. Ey, Mann. Wie ich wieder... Ja, ooooh. Da macht sie nichts. Da kommt er da mit der G18 raus, weißt? Jedes Mal sehe ich einen Zillmann und dann, was passiert? Ich wusste genau, dass du da stand. Auf der Drohne wusste ich ja, und ich wusste ja, dass du da fast wieder, dein kleinen Bunker saß. Aber ich konnte da nicht hinlaufen, weißt? Da war da mal eine Munde leer, als Secondary Bashi kommt mit der G18 raus. Ja, wenn ich dich da schon sehe, wie du... Jonah hier abmokst, so ganz gemein. Hey, wir sind jede Seite in Stein-Camp-Hannis. Ohne Witz, kein Deut besser als Sebastian. Ja, schön. Oh, die Kämpen alle nur... Ähm, ich würde so etwas nie machen. Nein. Wer da oben schon auf mich wartet. Ja, ich hab dich richtig, sehnsüchtig erwartet hier oben auf meinem schönen Plätzchen. Ja, aber... Hey, wie da am Anfang, jetzt sitzt der da wieder drin. Wir können jetzt einfach mal auf. Ja, wenn du jeden Fall da hinläufst, oder was heißt, jedes Mal... Ich bin... Zweimal hingelaufen und zwei Mal, da hast du schon... Ja, chill, chill, chill. Also ich bin jetzt im ganzen Spiel dreimal da hingelaufen. Ich bin hinter die Säule. Also einmal war halt jemand da. Ja, weil er erst dreimal Verteidiger warst, oder? Weiß ich nicht. Nein, 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 nein. Einer auf Flugzeug. Alter. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Du hast den Sam-Tex überlegt, zum Mongo. Ja, der andere war Höhle, es war auch... Ah, Mann, ich hab ihn noch aus der Höhle rausrennen sehen. Ja, natürlich hast du das. Natürlich hab ich das, Jonah, aber nein, erstmal wieder in die Ecke gehen. Ja, gehen die Ecke und schäm dich, Jonah. Ja, aber echt. Mhm. Fünf. Ich verstehe nicht, dass der dich jetzt da oder so ein Kill aufzügt hat. Ja, ich reg mich gerade auf, weil ich so im Vorteil war, weil ich ihn gesehen habe und dann sterbe ich trotzdem. Ich war auch im Vorteil, Thürmer hat eine Sam-Tex so fast nicht überlebt und dann gebe ich ihm noch Hatschung. Natürlich, Jonah. Ja, Jonah hat seine gute Phase, endlich. Boah, da ist er nichts. Ja, wo hast du jetzt gecampt? Nirgendwo, Mann, ich bin durchgerusht. Lol. Wo warst du dann? Da, da am Steincamp, jetzt hat er da gecampt und jetzt hat er da gecampt. Jetzt an der Werkzeugkiste. Ja, man warst du nichts. Ja, man warst du gerade nichts. Voll komisch. Boah, wir haben noch gewonnen. Oh ja. Oh nein, jetzt bin ich auch noch negativ, ey. Verloren. Thema negativ. Ich mache ihn besser als letzte Runde. Also, dann beende ich hiermit mal die Aufnahme. Tschüss.